hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf rohkorti wir spielen heute cs go zombie escape auf irgendeinem russischen server wir müssen wegrennen vor ein paar zombies und dürfen uns nicht von denen angreifen lassen denn sonst werden wir selber zu zombies ganz witzig eigentlich und wir sind hier auf der half life 1 ist glaube ich map ja mal schauen wie das so läuft als ich die erste runde versucht habe aufzunehmen bin ich gleich am anfang gestorben war nicht so witzig aber jetzt schauen wir doch mal so dass unsere kollegen vom fbi ist das office fast aus abstimmung erfolgreich was für eine abstimmung denn hier kommt jetzt hier runter auch hier ist ein leiter nein das ging noch mal gut wo bin ich denn hier eigentlich da kommt noch einer bist du gut oder das ist ein böse scheiße ja zu dem wie komme ich jetzt hier wieder weg jetzt bleibe ich alleine noch rum ich glaube erst genau hinter mir ne oh ja scheiße lauf doch jetzt junge weg mit dir ich spring rüber jetzt wo sind meine kollegen die mir voll angst ok hier sind sie und das ist mir das ich glaube ich glaube die zombies kann auf dem radar sehen hier geht es gar nicht weiter ist das gemein man da kann doch gar nichts machen jetzt kommen wir zu zweit ok neger power wo bin ich denn jetzt sind wo ich wurde weg teleportiert hallo ich bin selber ein zombie scheiße wie kann das denn passieren ok aber jetzt sehen wir das ganze mal von der anderen seite jetzt jagen wir die überlebenden hoffentlich geht das gut so auf geht's jetzt gibt's auf den sack ja durchs feuer kommen wir nicht ganz so gut durch was ist denn das hier jetzt auf geht's zombies die ganze armee rennt hier ist das geil so hier geht es schon mal nicht weiter hallo einmal runter natürlich in die zombies wie in fast jedem film der von zombies handelt natürlich die leiter ganz klar so was machen wir denn jetzt hier müssen wir warten jetzt bestehen hier ein paar die sehen doch echt ganz schön gruselig aus bist schon so ein hässlicher junge okay irgendwas passiert hier gerade geht da hat sich jemand selbst umgebracht alles klar so was ist denn jetzt die phase es gibt noch einen überlebenden oh da hinten ist er auf geht's der feld im fahrstuhl ich steh ihn hier los auf ihn wo ist dahin hier kommt ja noch welche yes zombies win nice wie stehen wir denn gerade so sind wir letzter nee wir sind gar nicht drauf na gut so new weapon ich glaube ich nehme mal die p90 und die tech 9 so jetzt will ich auch mit meinen kollegen mal mitlaufen ah da oben sind sie nein first infection in drei sekunden abstimmung erfolgreich okay ich renne mal hier dem suspect hinterher oh hier sind noch andere hallo ich hoffe die wissen hier wo es lang geht sieht aber nicht so aus ah doch ja rüber hat funktioniert oh die sind da unten gegangen nein ach wollte mich verarschen was das denn ich wollte erstmal die map angucken ja toll ich konnte nicht mal die p90 ausprobieren so oha ist das ein alien so auf geht's zack will ich den kill bekommen nee 0 3 ja super so wo geht's jetzt weiter die geräusche sind schon ein bisschen okay gruselig gut dass das glas noch hält ach die sind ganz so anders die anderen gegner da rennen wir erstmal hin was ist eigentlich mit dir los junge ich glaube das auch ein paar Probleme na gut wo sind jetzt die überlebenden erstmal leiter hoch was mit ihm falsch ich glaube das ist nicht ganz verstanden du musst hier rüberspringen was tun für komische Augen oh okay jetzt wurde teleportiert warum auch nicht oh der eine der hat das aber gut drauf nice die nächste runde gewonnen so neue weapon was nehmen wir jetzt wir nehmen jetzt mal die ppb rison und die cz so oha was war das denn okay oh nicht so schnell jungs oh was ist das der sieht anders aus ich glaube das ist der wer bist du denn bist du der reaper aus overwatch komisch oh ja mach mal schnell auf hier junge ich glaube die kommen hier gleich oh nein sind sie das nee es ballern hier alle um sich boah ist das laut oh wir nehmen das sofa mit ey das sofa lass das sofa doch heile es fährt einfach mit dem Fahrstuhl nee doch nicht es packt jetzt irgendwie der Wand fest so jungs wir schaffen das auf geht's oha explosion oh shit alle raus hier oh nein was ist das in der Decke ich glaube die ziehen einen nach oben ja da hat es den ersten erwischt wow yes good job okay links oder rechts links ach nee rechts auf die Kiste ja da kommt ein Zombie Granate das wenigstens einmal noch die achso hier geht's weiter einmal als Überlebender vielleicht gewinnen oh nein toll jetzt bin ich hier unten komm ich auch wieder raus scheiße ich glaube der weiß wo es lang geht oh nein ich bekomme Schaden von irgendwas ach hier ist ein Leiter ach nö wo bin ich denn jetzt ach ich leb noch mitten bei den Zombies Molotov ach scheiße das ist doch kacke ich bin mir jetzt hier durchkommen ich tanke den Damage nein warum geht denn jetzt die Tür zu wollen die mich verarschen ich war doch kurz davor aber erst mal hier drunter durchklettern wo das Zombies so beweglich sein können unglaublich wow aber die Map ist schon cool also hat sich schon jemand Mühe gemacht oh jetzt die ganze Nege-Fower ja da ist einer haha yes erster Kill 1-4 ich glaube es nicht so gut war ich ja noch nie na Jungs wie geht es uns denn so hier warum komme ich denn nicht durch oh ich bekomme ganz schön viel Schaden ich fänge aber auch ein bisschen fest gerade so erst mal zur Seite gehen komm ich eigentlich Leben wieder zack gleich weg mit dem zwei Kills schon Abstürmung erfolgreich so wo runter geht es wo sind sie denn jetzt schauen wir doch mal hier ach hier waren wir schon oh toll einmal im Kreis gegangen ach wer ist denn da kommt noch wer runter hallo Jungs da da hab ich sie oh 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 was wer sagt das hier ich kann hier irgendwie nicht warten oder so weil äh keine Ahnung ja wo geht es denn weiter ist so alles zu hier hier oben sind welche ich komm da gar nicht dran oh ja ist ja gut muss mir noch da her schießen ich möchte gerne mal da oben hin aber das geht nicht gibt es vielleicht einen anderen Weg schauen wir doch mal now playing Nickelback warum wird auf dem Zombie-Server Nickelback gespielt und warum höre ich das nicht ich möchte auch Nickelback hören ist ja voll unfair so geht es jetzt hier irgendwie weiter ja was sollen wir denn machen Zombies win nice so mit 4-4 ausgerichtende KD würde ich sagen lassen wir es erstmal wenn es am besten ist soll man natürlich aufhören also wetten wir es an der Stelle einmal an vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Part haut rein